Hallo hier bei Prävention Digital. Herzlich willkommen. Heute möchten wir euch einen Ansatz vorstellen, der sich Reflecting nennt. Das setzt sich zusammen aus den Worten Risiko und Reflektieren. Okay, das heißt also, dass ich über Risiken nachdenke und ob ich sie eingehen möchte und mich nicht überlegt in Situationen stürzen soll? Genau, du meintest unüberlegt in Situationen stürzen soll. Genau, so ungefähr. Eine risikohafte Situation kann zum Beispiel das Klettern an einer steilen Wand sein oder meinetwegen auch das Trinken von Alkohol. Also im Grunde genommen ist es dann am besten, kein Risiko einzugehen. Das heißt also, nicht auf Partys zu gehen, wo Alkohol getrunken wird? Naja, das heißt, dass du dir überlegst, bevor du auf eine Party gehst, möchte ich Alkohol trinken? Wir Menschen neigen einfach dazu, uns Risikosituationen auszusetzen, weil es Spaß macht und uns glückliche Momente bescheren kann. Es geht hier um das Innehalten, drüber nachdenken und auch zu reflektieren. Denn klettern würde man ja auch nicht ohne Seil, ohne Sicherung oder ohne einen Freund oder eine Freundin, die auf mich aufpasst. Okay, das heißt also, wenn man sich für eine risikohafte Situation oder Aktion letztendlich entscheidet, dass man sich und andere schützt. Ich lerne damit umzugehen, auch Nein zu sagen. Ja, und ich habe durch das Wissen zusätzlich die Fähigkeit, mir zu überlegen, welche Risiken ich bereit bin einzugehen. Weiß ich, wie der Alkohol bei mir wirkt, wo mein Limit ist, wie kommen wir nach Hause, wer ist aus dem Freundeskreis wofür zuständig, was wünsche ich mir auch an Unterstützung von meinen Freunden oder Freundinnen. Mal so ein Beispiel wäre, und das kennt ihr alle sicher, ihr steht an der roten Ampel und seid in Gedanken versunken. Einige Menschen gehen dann einfach über die Straße und ihr lauft mit. So, Mitte der Straße erschreckt ihr dann und fragt euch, was ihr da gemacht habt. Versucht mal ganz bewusst, euch am Morgen vorzunehmen, über keine rote Ampel zu gehen. Und ihr werdet merken, steht man an der roten Ampel, wirst du kurz innehalten. Und vielleicht entscheidest du dich über rot zu laufen, weil die Straße gerade leer ist und keine Kinder dastehen. Du triffst aber in dem Moment jedoch eine bewusste Entscheidung. Das funktioniert übrigens mit alkoholischen Getränkemengen auch ganz wunderbar. Das heißt, wenn ich mir bei Risiken bewusst bin, kann ich Entscheidungen treffen. Weil es kann ja Situationen geben, dass alle um mich herum Alkohol trinken oder auch Shisha rauchen. Wenn ich mich heute also dazu entschieden habe, keinen Alkohol zu trinken, mich jedoch meinen Freunden und Freundinnen anschließe, ist es eine bewusstere Entscheidung. Ich habe auch da kurz innegehalten. Und natürlich ist es gut, bei dem eigenen Vorhaben zu bleiben. Es ist sehr wichtig, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Es ist nämlich ein total tolles Gefühl, wenn man das eigene Leben in der Hand hat und das auch fest im Griff. Der Reflecting-Ansatz gibt euch drei Botschaften mit an die Hand. Break. Kurz innehalten, mache eine Pause. Trink jetzt nur Wasser und prüfe die eigene körperliche und seelische Verfassung. Look at your friends. Achtet aufeinander im Freundeskreis. Auch generell, nicht nur, wenn ihr unterwegs seid. Reflect. Überdenkt das Erlebte, alleine und in der Gruppe. Führt Gespräche und überlegt euch, auch wenn es am Abend mal schiefgegangen ist, was beim nächsten Mal anders laufen könnte und seht aber auch, was schon gut geklappt hat. Reflecting bedeutet im Großen und Ganzen, passt auf euch auf, helft einander und wenn etwas schiefgegangen ist, sprecht drüber, vertraut euch jemandem an und wenn ihr nicht weiter wisst, dann könnt ihr euch auch an uns wenden. In dieser Zeit sind wir telefonisch und im Online-Chat erreichbar. In diesem Sinne, passt auf euch auf und auf eure Freundinnen und Freunde, macht's gut und bis bald.